Yo Leute, bevor das Video angeht, nochmal ganz kurz. Das Gewinnspiel ist immer noch offen. Deswegen, immer noch teilen. Wir haben immer noch dieses Deutschland-Trikot hier. Vom letzten Video, was wir verteilen, natürlich aufgrund dessen, weil ihr innerhalb von einem Jahr uns fast auf 4000 Abonnenten geschossen habt. Fast, ja. Deswegen, ihr habt noch Zeit dazu. Teilt mal unsere Videos. Jetzt kommen wir kurz zur Teilnahmebedingung. Und zwar haben wir einen Post rausgehauen auf Instagram unter ComebackTV. Wir blenden es nochmal hier unten ein. Da solltet ihr bitte drei Leute markieren aus seinem Instagram. Und bitte davon einen Screenshot machen und in eurer Story teilen und in der Story ComebackTV definitiv markieren. Genau. Und dann wählen wir nach einem gewissen Zeitraum. Ich glaube, wir lassen das noch ein bisschen so. Wir zeigen dann auch ein extra Video. Wenn es vielleicht sogar hier in der Nähe ist, würde ich sagen, bringen wir sogar das Trikot persönlich für euch. Oder wir schicken es dann. Aber wenn wir euch schicken, dann schickt uns auch ein Foto. Dann verlinken wir es gleich auf ComebackTV. Genau. Und dann seid ihr auch bei uns hier mit drin. Genau. Nochmal ganz kurz zum Trikot. Richtig geil hier. Ist ein Original-Trikot. Und wir verschenken das einfach mal für die Losung. Das war's. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video. What's up everybody and welcome back to ComebackTV. Ja, Leute. Heute mal ein komplett anderes Video. So, habt ihr euch für uns so... Ich habe mal gesehen, wie das Support hier Real Madrid... Ja, erstmal Real Madrid-Support. Real Madrid gegen Supreme. Benzema. Karin Benzema. Ja, der Silke, wie gesagt, der lebt Real Madrid. Muss man auch dazu sagen. Winter März vielleicht, ne? Bin ich in Madrid zum Klassico. Ja, dann machen wir auch ein Video. Dann nimmt die Kamera mit, mach mal einen Vlog. Auf jeden Fall. Ne, echt so. Ja, muss ich jetzt schauen. Ich gebe dir die Vlog-Kamera mit, nimmst du mit, Alter. Machst du einen Vlog mal alleine. Genau, aber zum heutigen Video mal komplett was anderes. Habt ihr noch nie auf ComebackTV gesehen. Und zwar habe ich mir schon einen Flug gebucht nach New York. Ich fliege nach New York für 393 Euro. Und wir wollen euch das einfach mal zeigen, dass ihr auch die Möglichkeit habt, einfach mal nach New York zu fliegen. Ein paar Tipps rauszuhauen, wie mir so einen Flug bucht. Dass ihr seht, ey, für 393 Euro hin und zurück ein Flug ist richtig günstig. Das ist echt billig. Ist wirklich günstig. Wenn ich überlege, ich habe letztes Sommer meinen Flug nach Montenegro, habe ich hin und zurück 350 Euro bezahlt. 350. Das ist in Europa und du vielleicht fliegst auf einen anderen Kontinent. Genau, an einen Kontinent. Kurze Randnotiz dazu. Ich würde die Kamera mitnehmen und ich versuche wirklich, ich kann es nicht versprechen, es kommen auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, Mittwoch oder Donnerstag und Sonntag in meinem Video. Ich versuche aber jeden zweiten Tag vielleicht ein Video rauszuknallen, wie ich hinfliege, Vlogs, alles Mögliche. Das mache ich auf jeden Fall. Aber jetzt wisst ihr schon mal, er fliegt nach New York. Jetzt wir machen mal eine PC auf. Blenden wir mal hier ein, die Bildschirmaufnahme. Genau, die Bildschirmaufnahme. Also erst, warte mal, ich muss erst mal zur Bildschirmaufnahme kommen, wie das so was geht. Wir machen jetzt sowas nicht so oft. Das ist vielleicht auch schon mal eine kleine Übung, wenn wir vielleicht irgendwann mal Fortnite oder so zocken. Also ich muss so viel dazu sagen, ich habe natürlich den Flug schon gebucht. Ich habe das Angebot gesehen und ich musste dann echt zuschlagen. Ich wollte es eigentlich mit euch vielleicht live buchen, aber das Angebot hat mir so zugesagt, dass ich einfach gesagt habe, ey, buche uns einfach mal den Flug. Wir haben jetzt hier den Flug und hier oben seht ihr schon, 393 Euro. Und 17 Cent. Hin und zurück. Und 17 Cent. Wichtig. Tax, Fees included und natürlich auch Koffer. Alles included, richtig, also wirklich günstig, ja. Und ihr seht jetzt mal hier einfach, das ist von, am 5. fliege ich los, von Frankfurt nach London. London, New York, also mit einem Zwischenstopp. Genau, einfach hier mal um den Preis zu zeigen. Richtig heftig. 393 Euro. Richtig Schnäppchen hast du gemacht, Alter. Richtig Schnäppchen. Hier, schau mal, die Zeiten sind auch eigentlich geil. Also ich fliege hier um 37 los. Ja. Lande um 8.20 Uhr in London. Und da habe ich 1,5 Stunden auf dem, ja, okay, 2 Stunden auf dem Halt und dann geht es gleich weiter. Also es dauert nicht mal so lange. Wirklich nicht lange. Nicht mal und zurück eigentlich auch das Gleiche. Genau, und da ist der Flug. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich das gebucht habe. Dass ihr das alle mal nachmachen könnt. Vielleicht hat jemand Bock mit nach New York mitzufliegen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also ich buche auch immer über diese Seite. Genau, wir gehen jetzt drauf. Ich schaue mal von Frankfurt. Weil Frankfurt so die Nummer 1 ist halt. Und ich gebe jetzt mal die gleichen Zeitraum, ob es den Flug überhaupt noch gibt. Weil wir haben jetzt genau einen Tag später. Ja, ich habe es gestern gebucht. Das heißt, wir geben an vom 5. bis zum 19. Wenn du jetzt den Arsch beißt, wird es günstiger, ja? Ähm, ich würde euch sagen, fuck you, man. Fuck you, Skyscanner. Sorry, ich war wieder mal auf Fund unterwegs, halt, ne? Ihr wisst, ich bin ja auch am traden manchmal. Hast du alle Währungen mit drin, halt, ne? Guatemala. Danke. Bless you. Oder wie man im Türkischen sagt, Csok Yasha. Hab ich mal gelernt. Oder auf Deutsch Gesundheit. Oder auf Deutsch Gesundheit oder Bless you. Genau, und jetzt schauen wir mal. Und ihr seht, der Flug ist vielleicht sogar schon teurer geworden, ja? Ey, zu Glück habe ich dir gestern einen Scheiß gebucht, halt, ja? Hier, doch, der ist noch da. Genau, der ist nämlich echt, weil, hier geht jetzt hier auf den billigsten Flug drauf, 393 Euro für alle Leute, die mehr nachfliegen wollen. Hier ist auch der Zeitraum drin. Und was fliehst du? Mit Air France? Mit Air France, und hier ist der Flug. Ein Zwischenstopp, 11,50 Stunden, er ist noch da. Wenn ich das mal anschaut, halt, 30 Stunden zurück, ist echt nicht viel, halt, ja? Ja, das ist echt super. Ist echt ein geiler Flug, so, ja? Für alle Leute, wie gesagt, halt. Also, falls ihr mit Alex nach New York fliegen wollt, hier sind die Daten. Ich würde mich freuen, wenn die eine oder andere Person vielleicht da wirklich mitfliegen würde, ja? Würde mich echt ziemlich freuen. Ich würde gerne mitfliegen, aber mir klappt es halt auch nicht. Geil gewesen, da hätte ich wenigstens einen, der sich auskennt mit Kamera und so weiter. Jetzt muss ich mal Leute fragen. 393 Euro nach New York. In New York, Country China, ich chasere mich. Gibt es doch mal so Karaoke singen oder so? Gibt es eher in Japan, gab es das wirklich. Ich bin auch da hingegangen. Ich habe auch, ähm... Hast du es gesungen? Also, ich habe mit einer Freundin dort zusammen und mit diesen, also den Japaner. Ja, listen to everyone, okay? 3, 2, 1. Hey, man, I can't show this man, like, it's too much, man. Der in den öfteren Videos, das ist... Der war Black in Japan. Ha, 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 ha. He's eat noodles. Ja, ja, ja. Und jetzt nochmal die Information, also, jetzt meine Bitte an euch, schreibt jetzt meine Kommentare, was ich für Videos in New York machen soll. Fashion Videos, heißt, ich gehe in irgendwelche Läden rein. Ich schaue, ob ich geile Sachen komme, jetzt nicht so schlappen wie hier. Wie viel ist dein Outfit wert, aber USA Edition? Wäre auch geil. Das Problem, ich müsste ja dann echt das Ganze übersetzen und, ne? Ja, ist doch kein Stück. Ich, ich versuche ein Video so zu machen, das würde ich halt in Deutschland anschneiden. Oder ich gehe einfach in Läden rein, wie gesagt, ich habe ja so Vans gekauft für 20 Dollar. Aber mir musst du auf jeden Fall welche mitbringen. Ich bringe dir welche mit und ich versuche das echt alles zu dokumentieren. Das heißt, ich gehe da rein in Läden und sage so, ey, I'm from Germany, I wanna buy like some Vans. Das heißt, schreibt wirklich in die Kommentare, ob ihr vielleicht nochmal einen Teil sind wollt. Da war die Qualität des Videos aber nicht so gut. Amerikaner sprechen Deutsch, habe ich mal ein Video gemacht. Looky, aktiv. Sven says, the Illuminati is in Florida. I'm a little bit German. Really? Oh, I don't speak any. I don't read any. Okay, okay, that's good. Das verlinke ich jetzt mal hier oben. Ob ihr sowas sehen wollt, im zweiten Teil, in fremde Autos einsteigen oder einfach nur Daily Vlogs. Genau. Einfach Kommentar reinballern, da mache ich das für euch auf jeden Fall. Genau, das Video war jetzt ein bisschen langweilig gewesen, aber ich wollte euch jetzt einfach mal mitteilen, so. Einfach mal komplett andere Schiene, dass ich nach New York fliege. Bruder, ich habe so viel geredet, jetzt bist du nochmal dran. Gewinnspiel nicht vergessen für das Weihnachtsgeschenk. Alex, zeig mal nochmal her. Genau, Gewinnspiel nicht vergessen. Eben. Soll ich es mal anziehen? Aber nee, ey, dann wird es Platz mal. Das ist übrigens genau nochmal, ist Größe S. Genau, Größe S. Wurde noch nicht getragen hier. Der Preissettel ist noch dran, alles. Hier, wurde noch nicht getragen. Alles frisch, brand new. Riecht auch so, oder? Richtig nach Fabrik, ne? Riecht nach Spielertrikot. Ich habe auch mal ein Spielertrikot gefangen. Echt? Ja, von Chandler von Nürnberg. Also nicht gefangen, ich habe das Geschenk bekommen, es war aber nicht gewaschen. Ich habe es leider nicht hier, aber ich kann es mal zeigen. Da sind so Grasflecken drauf. Echt? Riecht heftig, mein Mann. Lasst uns aber trotzdem wissen, ob wir vielleicht mal so Angebote für euch rausfinden sollen. Ja, eben. Es ist keine Blindbestellung, ich hätte auch blinden Flug bestellen können, aber ich habe schon Bock auf New York, eher gesagt, ja. Wir grüßen natürlich bei diesem Video auch mal wieder ein. So, bei diesem Video grüßen wir. Fortnite Battle Royale. Royale, yeah. Dein Kommentar ist hier unten drin. Ding. Für alle anderen, immer gerne da lassen, herrscht die Glocke aktiv und herrscht der KamelTV, dann werdet ihr beim nächsten Video gegrüßt. Aktiviert hier unten jetzt mal die Glocke, da kommt ein kleines Video. Einfach mal echt aktiviert die Glocke, habt ihr sofort eine Push-Nachricht. Und ich würde mal sagen, wir kommen zum Schluss des Videos, wie immer. Genau. Auch von heute, von heute im Video. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Was auf�n! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik building